Hey, hallo! Das ist wie viel Jock vor der Stelle, oder? Das ist wie viel Kappelei, jetzt muss man mitreißen. Nooo, ihr beiden. Tobi war ein bisschen in einsternischt. Ja, du hast eben perfekt getroffen, Fee. Das tat bestimmt weh, ja. Ich weiß nicht, wo sie ist, oder? Nein. Oder weiß sie das? Ich bestimme den Preis. Sie bestimmen den Preis. Sie bestimmen den Preis. Na klar. Ach, Baby. Sie bestimmen den Preis. Das stimmt tatsächlich nicht. Bei Apolloptik bestimmen Sie den Preis. Zahlen Sie nur, was Ihnen die Fassung geht. Apolloptik. Seit mir ist eine Brille. Siebenundsiebzig Prozent der Dermatologen in Deutschland bestätigen, den Lippstoff Zinkurition ist besonders effektiv gegen Schuppen. Head & Shoulders enthält Zinkurition und beseitigt bis zu 100 Prozent aller sichtbaren Schuppen und pflegt Kopfhaut und Haar. Guck mal hier. Fee. Und jetzt ist Fahrrad rein. Jetzt werden wir erstmal die Wirbels verhauen. Na, bring. Nein. Super. Oh, da gefällt einem wieder nicht. Fee. Na, bring her. Fee, bring her, komm. Fee. Da kommt sie doch. Na, woher ist denn deine Kugel? Wo ist meine Kugel, mein Schatz? Wo ist die Kugel? Hm. Fein. Die Kugel. Sie ist nämlich Tierheilpraktikerin. Und als solche behandelt sie ihre Patienten, wie hier die kleine Lady, lieber mit Naturheilkundeverfahren als mit den bekannten schulmedizinischen Methoden. Zum Beispiel, wie in diesem Fall, Metzen ist ab und so. Ach, hat gerade immer die Kugel verkloppt, ja? Was sind die Kinder? Was geht so? Die haben keine Probleme. Die zwei Kassen, ganz schlechten. Wo wir im Auto haben. Mhm. Das ist nichts gerade. Mhm. Ich weiß auch nicht. Ich habe das schon mit verschiedenen Futterworten probiert, aber irgendwie wird das nicht. Wie lange hast du die jetzt hier? Die habe ich jetzt seit drei Wochen. Mhm. Haben die auch geliefert oder sowas? Ist die lange nicht aufgefallen? Ja. Der Kater hatte gestern durchfahren. Weil der Katze habe ich das noch nicht beobachten können. Okay. Also ich vermute mal, dass die HMD haben, ne? Und dass sie deswegen nichts weiter fressen. Also ich finde, jetzt einfach hier bei diesen beiden einfach nur so ein bisschen eine Punktur machen, so als Streisabbau. Und so sich mit dem Wohler füllen. Setzt sich mal die Geschwisterin weg. Die Mama ist weg. Die Wundumgebung ist weg. Das ist für Katzen ja so ganz gut. Ja. keine Ahnung. Das ist keine mehr번ote Szene. Wir müssen keinenahme schchent questions, dass euch das direktor. Dann füllen wir vorher und dann weiter und dann noch mal. DannConf district ja so schön das.